Heute ein Reaktionsvideo auf einen YouTube-Short von Trimax. Man könnte hier annehmen, Trimax verdient täglich innerhalb von wenigen Stunden unheimlich viel Geld mit Aktien, fünfstellige Beträge, aber so einfach ist es dann doch nicht. Trimax relativiert das auch in diesem Video, denn sein Gesprächspartner in diesem Video jetzt nimmt an, dass das mit Aktien so einfach möglich ist, weil Trimax schon so viel Geld hat. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal erklären, wie es wirklich am Aktienmarkt abläuft, wie man sich aufstellen sollte und ich möchte natürlich die Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass man mit Aktien nicht so leicht reich wird, wie das manche glauben. Die erzählen euch, ihr könnt in Thailand am Strand sitzen und ganz leicht in einer Stunde pro Tag mit Trading super viel Geld verdienen, ohne viel Startkapital. Völliger Quatsch und das möchte ich euch jetzt mal erklären. Grundsätzlich wissen wir, wir brauchen drei Hebel. Einmal ist es so, dass wir natürlich erstmal deutlich mehr verdienen müssen. Das ist der größte Hebel unserer Einkommen und danach ist es natürlich so, dass wir auch sparen müssen. Bestenfalls, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen oder mehr verdienen, dass wir unsere Lebensweise nicht zu extrem anpassen und von dem Mehrverdienst eventuell als Trick von meiner Seite 50 Prozent eben dafür nutzen, dass wir mehr ausgeben, vielleicht schön essen gehen mit eurer Frau oder euren Kindern was gönnen und die anderen 50 Prozent, die werden weiterhin gespart. So, dann merkt man es auch gar nicht, dass man so viel mehr verdient aktuell. Und das ist natürlich der Hebel, mehr verdienen und dann sparen. Das Sparen ist der Punkt Nummer zwei und dann kommt quasi erst das Investieren. Das heißt, ihr müsst erstmal in der Lage sein, ordentlich Geld zu verdienen und zu sparen, bevor ihr investieren könnt. Man kann grundsätzlich sagen, es lässt sich leichter oder es lassen sich leichter 1, 2, 3.000 Euro mehr verdienen, als man 1, 2, 3.000 Euro mehr sparen kann. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal diesen Clip an und ich reagiere drauf. Viel Spaß dabei. So, liebe Freunde, hier ist das Video von Trimax. Ganz kurz, worum geht es? Er ist ein Streamer, Gaming-Streamer, super sympathischer Typ, der, glaube ich, bekannt geworden ist dadurch, dass er gar nicht so ein extrem guter Gamer ist, sondern aber sympathisch streamt, während er spielt. Und er redet jetzt hier über Gelder, der verdient ja schon ordentlich Geld und über Gelder, die er investiert hat. Und jetzt ist es so ein bisschen reißerisch, Titel hier, so viel macht Trimax mit Aktien am Tag. Und das können viele Menschen falsch verstehen, deswegen gehen wir da jetzt mal rein und ich erkläre euch das mal so ein bisschen. Wie kannst du denn heute 150 Minus gemacht haben? Ja, weil das halt arbeitet, Max. Das ist doch alles auf dem Allzeithoch aus der Hölle. Nein. So, sein Gesprächspartner, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, der sagt jetzt hier, ja, mein Geld arbeitet halt, deswegen geht es hoch und runter. Und Trimax sagt, hä, hier ist es doch super gut gelaufen in letzter Zeit, warum bist denn du im Minus? Und er erklärt halt jetzt, dass er ziemlich hohe Beträge heute an Kursgewinnen gemacht hat. Nein, das stoppt auch manchmal ein bisschen. Nein. Ich habe heute 18.700 plus gemacht. Heute ist Allzeithoch of all time. Du hast 18.000 Euro heute gemacht, passiv. Und er sagt jetzt, du hast 18.000 Euro gemacht, passiv, wie kann das sein? Also das muss man relativieren, weil es sind Kursgewinne. Also er hat hier jetzt nicht einfach Cash als Dividenden aufs Konto bekommen oder ähnliches, sondern er hat hier Kursgewinne gemacht, 18.000 Euro, womit wird er jetzt noch erklären? Und da muss man jetzt auch vorsichtig sein. Ich kriege es ja nicht raus, ich lasse es einfach liegen. Du hast halt einfach 80.000. Aber er könnte es rausnehmen. Ja. Wie viele Millionen Euro hast du denn drin, dass das so krass bei dir ist? So, und da sagt er jetzt, hä, wie viele Millionen hast du denn investiert, dass das so krass hier bei dir gestiegen ist und du so viel Geld damit gemacht hast? Man muss erst mal sagen, selbst wenn man 100.000 Euro investiert hat und jedes Jahr würde man 18 Prozent machen, dann hat man Vorsteuer 18.000, ja. Und das ist einfach auf lange Zeit sehr, 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 sehr schwer. Und er hat das jetzt nicht mit einem breit gestreuten Portfolio gemacht, sondern größtenteils mit einer einzelnen Aktie. Und das ist eine Spekulation meiner Meinung nach. Ich habe die nämlich selbst im Depot als Spekulation. Die sind in letzter Zeit stark gestiegen. Das wird er auch jetzt nochmal erklären. Die Magnificent Seven als auch die B-Reihe-Dinger. Was ist heute passiert? Ich habe das komplette Geld mit, ich habe das alles mit Palantir gemacht. So, er sagt, er hat alles mit Palantir verdient als Unternehmen, als Aktie. Und das ist für mich eine klare Spekulation. Palantir, weil das ist ein Unternehmen, wo man noch nicht so genau weiß, wie laufen die eigentlich, die arbeiten mit dem amerikanischen Staat zusammen. Die machen Überwachung und verarbeiten Daten. Also das ist ein Unternehmen, wo wir nicht genau wissen, wie die Zukunft aussieht. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil man nicht genau absehen kann. Also man hat keine große Historie, wo man absehen kann, wie es bei dem Unternehmen weitergeht. Palantir? Keine Ahnung. Und das ist ein Fehler, weil er weiß gar nicht, das muss ich jetzt schon sagen, das sollte er eigentlich nicht machen. Er sagt, keine Ahnung, was das ist, aber ich habe jetzt richtig Kohle mitverdient. Eigentlich kann er es schon machen. Der folgende Punkt ist, wenn er es als Spekulation macht und sagt, ich habe es irgendwo gesehen, ich packe da jetzt mal ein bisschen Geld rein. Aber er hat da schon richtig viel Geld mitverdient. Und jetzt ist die Annahme der Menschen, die das sehen, dass man einfach mit diesem Unternehmen viel Geld verdienen kann. Und das ist Quatsch. Das solltet ihr nicht tun, sondern ein Unternehmen wie Palantir, was es noch nicht so lange gibt, wo viel Research and Development gemacht wird und so weiter und noch viel gearbeitet wird an Weiterentwicklung der Produkte und so weiter und breiter Aufstellung, da sollte man vorsichtig sein, weil die Leute können jetzt glauben, ah, jetzt investiere ich einfach an Palantir und da werde ich richtig Gewinne machen. Nein, ihr braucht langfristig starke Unternehmen, die Qualität haben, die es schon über Jahre gezeigt haben und so eine Palantir, das kann eine kleine Spekulation sein. Aber er relativiert das jetzt. Also er sagt jetzt nicht, investiert alle in Palantir, er relativiert das jetzt und erklärt das auch. Das ist 200% plus bei mir im Depot. Mann, ich schwöre, Max hat einfach so unendlich Money, er kann einfach mal da was reinhauen und das macht sich einfach so krass. Nein, ich habe das meiste einfach im All-Country-World drin. So, er sagt auch, er hat das meiste in einem All-Country-World ETF investiert und das ist auch richtig so. Und er hat wahrscheinlich Palantir so ein bisschen kleiner gewichtet als Spekulation, weil die Menschen glauben jetzt, ah, nur weil er so viel Geld gemacht hat, würde er es immer machen. Nein, Palantir ist in letzter Zeit extrem stark gestiegen und die haben auf lange Zeit, sind die auch ganz, ganz stark gefallen. Er ist hier zwar wahrscheinlich zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt eingestiegen und hat gesagt, ich spekuliere jetzt hier mal ein bisschen, weil er von denen gehört hat, dass es irgendwie interessant sein könnte für die Zukunft. Die Schwierigkeit ist immer bei sowas, dass man nie genau weiß, wenn das Unternehmen das in der Vergangenheit noch nicht gezeigt hat, wie gut das zukünftig performen wird. Was aber richtig ist, ist, er sagt, nein, es ist Quatsch, ich habe das meiste Geld in einem All-Country-World-Index, also im weltweit gestreuten ETF auf einen Index und das ist auch ordentlich, wenn man nicht so gut auskennt. Und man sollte, wenn man einzelne Aktien kauft, Unternehmen kaufen, die Folgendes machen, die seit Jahren schon gezeigt haben, dass sie Dividenden, Gewinne, Cashflows, Umsätze und so weiter natürlich immer weiter steigern können und eine gute Historie haben. Das ist unheimlich wichtig und so eine Palantir nur als Spekulation. Hey, und wenn du jetzt sagst, du möchtest endlich wissen, wie man Aktien kauft, sodass sie monatlich schon passive Einnahmen, ein zweites Einkommen abwerfen, dann kontaktiere mich unter www.aktien-wagner.de, schau dir meine Website an, trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und dann werde ich dich persönlich per Telefon anrufen, wir werden herausfinden, wie ich dir weiterhelfen kann und dann zeige ich dir in einem Strategiegespräch, was ebenfalls kostenfrei ist, natürlich, wie ich dir weiterhelfen kann und welche Strategie zu dir passt, sodass du jetzt schon passive Einnahmen hast und aber auch deine Rente absichern kannst, denn die Rente der Frau und vom Mann ist absolut gering. Ihr werdet nicht davon leben können und da werde ich euch definitiv weiterhelfen können, sodass ihr jetzt schon ein ruhiges Leben leben könnt und ein zweites Einkommen mit Aktien habt und es ist nicht so viel Zeitaufwand, viele wollen euch erklären, dass es super viel Zeit kostet, es ist aber nicht so. Also, www.aktien-wagner.de, ich freue mich mit euch zu sprechen, bis ganz bald, euer Maik.